ladies and gentlemen einen wunderschönen guten abend ich wünsche der onkel herzlich willkommen ja ich bin so ein bisschen hinten dran aber für alle leute die das video nach dem sechsten zehnten den ist das jetzt auch total egal aber wir geben vollkommen gas onkel hat was gemacht je backfisch hat er gemacht backfisch hat er gemacht ja für alle die mich kennen das ist nicht meine stimme für alle die mich kennenlernen möchten vergiss die stimme die wird noch besser ja herzlich willkommen bei kochen mit onkel und hat gestern backfisch gemacht erst einmal erst einmal erst einmal ja ich schwöre erst einmal total geil ja gucken wir uns zusammen an wird der onkel so rumgemanscht hat herzlich willkommen in meiner küche also teil von meiner küche zutaten mehl brauchen wir backpulver brauchen wir essig brauchen war mineralwasser salz muskat zitrone ach ja und fisch brauchen wir auch noch kaum haben wir die zutaten erzählt knallt der typ da schon die ganzen klamotten da in die schüssel bleibt mal locker bleibt mal locker junge 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 bleibt mal locker du musst dem onkel auch eine chance geben dass wir das ganze hier machen so jetzt erstmal für alle hater immer vorne anfangen also wir fangen da rechts am rundell an das ist mein gewürz rundell das weiße das ist da ist salz drin dann haben wir noch ein rosa salz und dahinter ist pfeffer kleine mühle denn die große mühle pfeffer wie ihr gerade eben seht die haben wir umgebaut zum handy ständer komm hör auf glaubt ihr kein schwein ja die braune tüte das ist oregano dahinter ist mein schöner granitmörser und da ist noch ein bisschen knoblauch drin und jetzt wird es lecker links daneben das ist epoxid harz und hertha e 45 also lösungsmittelfrei da backen wir bestimmt auch noch mal schön kuchen mit vorn ja ansonsten sehen wir beide acht jahre alten induktionsherd die punkte an meiner schulter ist eine glasplatte von ikea das brett obendrauf ist eigentlich ein fleisch schneidebrett von ikea wenn ich das rumdrehe habt ihr schon gesehen nie aber werdet ihr bald sehen denn ich habe ja noch die video rohdaten für den leckeren spieß braten da wo ich beziehungsweise für das für das fleisch impfen da und den drehe ich einfach rum und dann ist das meine meine ja abdeckhaube mein schutz davon so soviel zu dem thema die schüssel die wir im bild sehen die ist von tupper uralt lebenslange garantie wenn sie noch geben sollte die ist also außen so dunkelblau innen drin ist sie ja da ja selber sagt mir bitte bescheid wenn einer von euch tupper verscheuert und die schüsseln gibt es noch ich bin dabei ja jetzt nehmen wir erstmal mail also was ich gerade erzählt hat mit den zutaten also wir brauchen hundertprozentig mehl hundertprozentig wasser der rest ist schon alles hier pille palle also backpulver wäre schon nicht schlecht zitrone muss nicht essig muss auch nicht ja da doch essig will ich mit rein tun das hat was mit der konsistenz vom teig zu tun der geschmeidigkeit und so und ja und der säure allgemein also jetzt nicht der säure als würzungsmittel sondern für die säure ist scheißegal gibt es einfach mit rein aber der rest ist und dann könnt ihr auch noch dazu tun und weglassen ihr könnt natürlich jetzt geht es los anstatt mineralwasser könntet ihr geht es auch nehmen alle möglichen dinge die vielleicht auch kohlensäure enthalten als da wären wir helles bier dunkles bier möchte gern bier ich war mal bier was ich schon sagt prosecco klar geht auch fürs verschmetter nicht geht auch alles drei da da panja rein alle also kohlensäure als rhein da also fanta cola 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 zero alles alles geht wobei ich mir bei fisch sogar sekt mega geil vorstellen könnte müssen wir ausprobieren ich weiß nicht müsste ausprobieren aber prinzipiell nehmen wir was ab die blubber bläschen die nehmen wir eigentlich nur damit das ganze so ein bisschen blubber bläsiger ist dass das so ein bisschen auf schäumt darum heißt es ja auch gerne bier teig da ist auch ein bisschen geschmack ne also wenn man bier hat so warum nicht übrigens da würde ich auch noch ein krosstress trinken also essen trinken ich das schwarzbier zeug ja nicht aber aber das muss nicht nur das muss nicht und keine angst wegen die kinder bier teig leute das kommt gleich in die fitröse friedhöse ostfriese nordfriese friedhöse kommt das rein ja es ist total ihr könnt auch schlaps reinkippt das ist weg ja das was ich natürlich mega geil finde bei fisch das ist zitrone zitronenschale zitronen abrieb und muskatnuss leute ich finde bei backen das rezept das ist von mir ich habe mir die grundteile habe ich mir zusammen geklaut im internet und dann habe ich das so gemacht das ist mein erster versuch mengenangaben brauchen wir auch nicht das ist ein mega geiles rezept wir brauchen keine mengenangaben warum weil wir brauchen eine bestimmte konsistenz und wie viel ihr braucht das wisst ihr gefälligst selber also wir pushen uns einfach mal hoch ich denke mal so ab zwei personen würde ich so mit eineinhalb tassen mehl anfangen und dann pusht man sich hoch bis zur richtigen konsistenz komm onkel komm hau mal hier mach mal was jetzt habe ich genug gelabert jetzt lassen wir den mal wieder hier so ein bisschen machen ach guck mal hier kaum rede ich von der tasse kommt ihr gleich mit seinem scheiß becher und macht wieder schleichwerbung also so ein arsch übrigens den könnt ihr nicht in dem unten shop die tasse die gibt es nur in dem anderen shop da müsst ihr bei mir auf die hauptseite von von tube tube gehen und wenn ihr da drauf guckt rechts unten in der ecke ist so was kleines grünes ich glaube da kann man draufklicken dann gibt es auch die tasse aber ich habe ja maria versprochen die bau den shop um vielleicht gibt es die ja dann auch da also maria küsschen nur für dich kriegen wir hin so der onkel schüpp dann jetzt hier der mehl da rein kommt bla 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 die bhl so der haut da ist erstmal 2000 rein ich weiß zum schluss während dreieinhalb und drei hätten gereicht das ist jetzt die dritte ich weiß er tut noch ein bisschen mehr dabei dann später auch noch vier also ich sag mal so für roundabout 10 filets ich habe alaska seelachs filet genommen vom aldi gerade im preis gesenkt neuer dauer niedrigpreis 5 99 anstatt 6 990 das kilo das sind dann sieben bis 14 filets glaubt man ja nicht dass sie da sieben filets drin habt da müsste ja schon der weiße heiler in jetzt in das netz geschwommen seine mccs super zertifiziertes mega fischen aldi kann sich ja irgendwann der keine scheiße leisten also wenn das ein schnitzel wäre wenn das haltungsform 3 behaupte ich jetzt so kommt schlag mich tot stimmt wahrscheinlich also wieder nicht so onkel dann passiert gar nichts backpulver backpulver ist richtig und wichtig da hat der onkel was vorgehabt und zwar hatte auch ich wollte das so dritteln und anstatt esslöffel und hin und her liegt mir am arsch also ich weiß er hat auch mehr reingeschmissen zum schluss nehmt einfach auf zwei bis drei becher hier für tassen mehl nimmt ja einfach ein halbes bäckchen backpulver ihr könnt aber auch ein ganzes bäckchen backpulver reinschmeißen so wie der onkel hier nur tut mir gefallen holt den zettel da wieder raus den kann man theoretisch auch mit backen den kann man auch mit essen alles gut schmeckt halt nur scheiße könnt auch stärke nehmen also wofür brauchen wir das ganze da da ist ja hier natron drin das ist ja backpulver und so und darum schäumt das auch wenn man eine essig drauf gibt und hin und her und das das sorgt noch mal für so eine für diese für diese blubber blasen die wir halt mögen bei einem backteig ja bei so einem tempura artigen backteig dann nimmt man halt reismehl und wasser oder tempura oder reisstärke und faktisch ist je nachdem welche stärke mehl ihr benutzt auf jeden fall bei backpulver wird das noch mal ein bisschen fluffiger da wir aber gerade frisch aufgetauten gesäuberten noch nicht komplett hundertprozentig handtuchtrockenen fisch benutzen haben wir ja eine feuchte schicht auf der oberfläche es muss halt nur halten das ist wichtig das ist wie beim schnitzel beim original wiener schnitzel das aussufflieren nichts anderes machen wir gleich nichts anderes machen wir gleich und dadurch kommt dann diese luft das wird dann halt total lecker verstanden soweit oder noch mal von vorne dadurch wird das dann total lecker dann kommt diese luft verstanden soweit oder müssen wir noch mal von vorne na dann machen wir weiter also backpulver schön mit rein zopp die lüte ehring gucken dann was dran ist sonst hat den irgendein backfisch hängen gut in dem fall wäre es meine frau oder ich von daher in ordnung so mineralwasser natürlich selbst gemachtes mineralwasser wir kaufen hier nicht irgendeinen scheiße aus der flasche nur selbst gemacht nein blödsinn ja hier so das stimmt zack bumm blub 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 wenn ihr kein mineralwasser habt dann nehmt kein mineralwasser also was ich nicht empfehlen würde was theoretisch geht aber was keine milch nehmen nehmt keine milch und bitte keine eier da rein bitte bitte keine eier da rein die eier tun dem papa gut wenn die mama da ganz was anderes mit macht aber bestimmt nicht wenn sie da reinschmeißt so essig durch habe hier so ein brandwein essig von der firma billig stehst du auch drauf ihr könnt dann natürlich also hier diesen 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 möchte gern balsamico den würde ich jetzt nicht nehmen sondern am besten eigentlich in weißen weißen essig von wegen der farbe vom geschmack ist egal wir brauchen die essigsäure wir brauchen ein bisschen säure und die essigsäure und dann mit dem backpulver zusammen und dass das noch mal schäumt und noch mal blubbert verstanden hatron ansonsten rein damit ich habe jetzt mal so viel genommen ihr dürft aber auch gerne noch mal genauso viel nehmen das tut dem ganzen keinen abbruch ihr merkt schon so kocht der onkel am liebsten alles schön prima auge Planning pienso Schneebesen Tut- kitty-tug-tug-tugل-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug issp-tug-tug-tug Komm rüber rum sei nicht dummseat tief herum Hier ist schon rum übrigens von lemon kräín Kan собственно drum pony clown kann auch nicht jeder also in der mineralität bin es immer drum können das können viele aber warum werden gerade bei einer emulsion also alles was damit mit eine bindung zu tun hat mit einer mayonaise mit einer hollandese oder mit einer quark speise nese überall wo wir eine eine bindung machen eine emulsion machen bitte immer die gleiche richtung macht dann nicht das was ich gleich mache zick zack zick zack zick zack zick zack das ist schlagen sondern in einer emulsion also mayonaise oder sowas immer die gleiche richtung immer die gleiche richtung oder man 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 montiert eine eine soße auf ist jetzt scheißegal müsst ihr jetzt noch nicht wissen wenn es wisse ist gut wenn ich bringe ich euch die tage bei könnte natürlich ein paar wochen dauern oder auch monate aber immer die gleiche richtung emulsion fein macht der onkel das ne feini da wackelt unser handy ständer das blöde an der ganze geschichte ist dass ich auf dem brettchen ja den braten gemacht habe und den da auch etwas länger drauf liegen lassen habe und ist natürlich holz und holz wenn das feucht wird dann arbeitet das und jetzt liegt das nicht glatt auf auf dem ofen sondern das wackelt es ist natürlich scheiße wenn man seine kamera an seine pfeffermühle hängt und dann meint man müsste ein schönes video machen das ist jetzt schlagen mir geht es aber auch nicht darum das macht man normalerweise um luft unterzuheben mir geht es nur darum dass ich die klüppchen wegkriege das ist der einzige ansonsten ist ja scheißegal und ich habe gerade laune also ruhig so dann nochmal so ein schönes schlückchen wasser immer hinterher dass man so die konsistenz kriegt gleich merkt der onkel hoch das war jetzt ein schluck zu viel nur ja dann ist halt noch mal ein bisschen mehl und so weiter und so fort bis es so 40 liter zusammen habt hör auf alles schon passiert ja bitte nicht irritiert sein diese komischen schnitte habe ich immer noch mal ein böller husten und habe hier alles mögliche ich habe mir noch heißen kaffee damit ich nicht müde werde ich habe mir noch vor meiner super limonade und ich habe meine bonbons hier ich habe eine led leuchte also das für mr kaplan eigentlich ist das eine blumenlampe für unsere fleischfressende pflanzen ATT akut ich habe sogar schon zwei genommen was ich glaube ich langsam brauche ist eine paracetamol ja ein bisschen kopfschmerzen von dem husten ich denke mal ATT ist ja auch so ein bisschen die ATT nicht das ist das andere zeug blutverdünnung das ist aspirin das andere ist in den videos vom kochen hier möchte ich nicht rauchen also wenn ihr das immer wieder sehen oh guck mal da hast du gesehen da hat er nicht gezuckt also wenn das passiert da hat der arsch heimlich geraucht aber ich finde im kochvideo das muss nicht sein ich auch ja echt bei jeder gelegenheit und überall ne ja auch mal machen habe ich noch nicht weil ich glaube die die medizin wird mich erschlagen aber ich selber hätte damit kein problem so was holt der onkel da salz salz das ist nun mal ja wissen wenn ihr so auf diese mehlpampe dann so rum beißt später dann nie so ein bisschen salz ist ganz gut dass da gibt es viel außen teelöffel aber das ist ja auch einiges da ne guck mal so ist es ein bisschen flüssig fällt ihm auch rein ja guck mal hier dicke hose gute aurora nee 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 der onkel dem normalen was billig zeug das hat eischel geholt zum brotpacken muskatnuss jetzt wird es wichtig muskatnuss und zwar liebe leute ohne scheiß ist kein witz muskatnuss kaufen wir nicht gemahlen muskatnuss kaufen wir als nuss und dann mit einer reibe auch nicht mit irgend solchen komischen an nein mit einer reibe muskatnuss immer frisch pfeffer immer aus der mühle aber bitte habt auch gemahlenen pfeffer zu hause es gibt bestimmte gerichte da schmeckt nur gemahlener pfeffer drauf zum beispiel tomatenbrot mit zwiebeln salz und pfeffer finde ich persönlich schmeckt nur mit gemahlenem pfeffer ansonsten natürlich eine pfeffermühle muss jetzt nicht so monster sein wie das teil damit kannst du ja neugierige leute aus westfalen verjagen damit kannst du aber auch respektmäßig pfeffer verteilen in überall wo du bist bochum ja perfekt es geht aber auch so eine kleine pfeffermühle das ist toll aber muskatnuss leute immer holt euch nüsse holt euch nüsse 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 muskatnüsse ja die sind giftig richtig wenn du zwölf stück am tisch tag frisst aber ansonsten immer rein damit und die kleinen stückchen die dann immer bleiben von rein die tute an der seite dafür gibt es extra so so zeige ich euch nächste mal da gibt es extra so kleine gewürzmühlen da ist praktisch ein messer drin das dreht sich nur tust du die ganzen reste rein und dann hast du da mega geil also muskatnuss leute immer frisch nicht den gemahlenen scheiß da ist das aroma weg pfeffer übrigens nicht anders aufpassen auf den finger immer bitte aufpassen auf den finger wenn nicht geht geht nicht dann tue ich mir das an die seite packt das in meinen anderen schrötzomaten dann ist gut abschlagen jawohl sehr schön guckt euch das an leute das ist wenig wir sind noch lange nicht bei vergiften oder high werden oder so übrigens geschmackssache du nix magst du muskatnuss dann deine schuld dein problem kann ich nichts für aber lässt du weg wie damals bei dem nudelsalat kein nudler weglassen ja klar ihr könnt alles ist ja euer essen ist euer tisch ist euer essen ist eure lebensmittel ist euer magen ihr könnt da alles weglassen ihr könnt auch die den backteich weglassen und den fisch so in die pfanne schmeißt ihr könnt auch den fisch weglassen dann braucht ihr noch nicht mal eine pfanne mega geil oder könnte trockenes brötchen fressen so schlotzi 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 so ein bisschen pannkuchenteich mäßig so ungefähr die konsistenz wollen wir haben nicht crepe pfanne kuchen zitronen bio bio bitte 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 natürlich bio oder unbehandelte bio ja und die schale schön da rein klug scheißen vom onkel die richtig geilen wichtigen antioxidantien und den ganzen anderen scheiß den man noch so gebrauchen kann außer dem ganzen vitamin c und dass die scheiß halt sauer ist von diesen gelben dingern bei allen zitrucksfrüchten liegt genau das zwischen der außen schale und der innen denn dann ist da diese weiße schale und genau dazwischen genau auf dieser grenze zwischen gut onkel und böse genau dazwischen da liegt das ganze zeug also bitte so lange reiben bis sie das weiße im auge eures gegner sieht in dem fall in der zitrone es muss ein bisschen von dem weißen muss immer mit abgerippelt werden ein bisschen natürlich proaktiv jetzt bei einem teig den wir danach in circa 180 grad heißes fett schmeißen also da ist dann nicht mehr viel mit antioxidantien da ist auch nicht mehr viel mit vitamin c ja der der frische orange geschmack zitronengeschmack ist da klar orange auch aber dafür darfst du halt keine zitronen reinmachen und auch muskatnuss aber glaubt man ja nicht dass da sonst irgendwas überlebt da hat keine angst aber man kann es ja auch bei salat kippen oder man kann ja sonst irgendwelche gemüse damit verfeinern und so dann bitte auch von dem weißen zeug was rein röbeln ganz wichtig sagt und bitte wieder für auf die finger aufpassen bitte hier da ich kann beweisen ist nichts nichts drin gelandet das ist gefährlich darum geschmeckt eigentlich riefkuchen nur mit blut aus dem grund der kenner hat geräusch gehört der kenner weiß was passiert jetzt wird gleich ganz komischen schnitt gebe kommt zitrone weiter ja genau schön die reste einkratzen hier mit dem keramik spielzeug messer das hat meine frau gekauft normalerweise wie mit so was mich nicht abgeben könnt ihr alle messer schleifen wissen wie das geht oder mache ich da auch noch mal video zu schreibt in die kommentare könnt ihr messer schleifen ja nein vielleicht wie macht ihr es mit dem wettstahl mit so einem anderen scheiß sagt mir mal bescheid ich darf übrigens hier nur messer schleifen wenn ein ständig im haus ist wenn die das geräusch hört so drei drei das heißt nicht das war der dritte versuch bis die plöre endlich funktioniert hat nein das heißt lediglich dass sie das jetzt mindestens drei minuten stehen lassen müssen weil das mehl da die dinger die müssen sich alle öffnen und das wasser und so ach da ist der fisch da das ist er so und den habe ich jetzt aus der truhe geholt die sind ja nicht so dick diese alaska see lechsen und see lechsen und die lechsen ankel kommt weiter da sind und der sei jetzt er aus wie so und weiß ich nicht ach so stoppt zur erklärung also jetzt machen wir da mir fehlten einige zutaten für die remouladen soße also ich hatte noch mayonaise und jetzt machen wir das ganze ein bisschen anders jetzt machen wir das so und zwar ich hatte noch gürkchen die hatten wir klein und dazu kommen dann einfach noch rot rote zwiebelchen und ein bisschen chili salz und dann habe ich mir das aufs brötchen getan bisschen mayonaise und dann das da drauf getan ich mag nicht so viel glückchen die hat dann ganz einfach nur zwiebeln gemacht so und warum zeige ich euch das jetzt weil ihr alle noch nie eine geschnittene gurke gesehen habt nein blödsinn pass auf dann seid ihr gleich schleuer wir wollen ja auch so ein paar tipps und tricks verteilen so da haben wir jetzt die gürkchen und jetzt geht es nämlich das ist wichtig hier guckt das ist das ist papas lieblingsmesser das ist papas lieblingsmesser das ist die perfekte größe damit kannst du fast alles schneiden also einmal so rum einmal so rum zack bumm das ding nennt man dann achteln zumindest wenn man fertig ist so jetzt ist das ganze acht achtet wie ich bitte meine linken finger halte und dann die rechten so und jetzt vor dem finger vor dem finger vor dem finger das messer geht hier also da wir bauen hiermit hier da also die greifen nach hinten die greifen dass das an ein wie so eine kralle was wir nehmen wollen und das hier das hier das ist unsere fläche da soll das messer dran gleiten wenn ihr gerade schneidet funktioniert das auch wenn natürlich wie ein vollhonk so macht ne ja gut dann kann man sich schneiden das mag wohl passieren aber ansonsten funktioniert das so ganz gut und ihr könnt da richtig schön schnippig schnippig machen geschwindigkeit kommt übrigens von alleine solange wie ihr das schön brav langsam übt könnt ihr super fein schneiden supi supi fein aber da wackelt sogar die ganze küche wenn ich schneide oder halt nur die pfeffermühle so schnipp 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 und schon ist man nämlich fertig die geschwindigkeit ohne scheiß kommt von ganz alleine so jetzt habe ich total drum geschnippelt und jetzt zeige ich euch zwiebel achtung da gibt es auch wieder tipps und tricks bitte onkel onkel flips übrigens ja an der pfeffermühle hängen stück gurke das habt ihr richtig erkannt ich habe auch dafür gesorgt dass die dahin bleibt so zwiebel schnipp macht sinn dass man das nicht unter der kamera macht sondern schön daneben aber das wusste ich halt nicht und die kamera die ungefähr war hier von daher so zwiebel 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 und zwar die zwei sachen warum ihr weint die auslöser warum ihr weint also erst mal mittlerweile früher habe ich immer gesagt die zwiebel schneidet man einfach manchmal schlitzte ein und man nimmt dann die oberste pelle weg es ist ja zwiebel baut sich ja eine schicht auf der anderen auf die oberste nimmst du weg ist das ding geschält du musst ja an dem papier nicht so zupfen mittlerweile kostet ja sogar zwiebeln wieder ein heidenvermögen also man könnte jetzt auch wieder überlegen ob man einfach doch wieder an dem papier da rum zupft also komm onkel hier zack zack siehst du da kannst du schön da schön mit dem nagel rein zack rüber ziehen fertig desinfiziert auch den dreck unter den nägel wäre was für dich schweine morali so da ist es da ist es da ist es da ist da ist der die das die übeltäter da sie sind nämlich die wurzel da das ist die wurzel des übels ohne scheiß und das ist wichtig weil da wenn du da quetscht da kommt der meister heulesaft raus ergo hast du scharfes messer kommt da weniger heulesaft raus kommst du ja besser mit klar kommt aber auf die zwiebelsorte ein bisschen auch keine sind wir bei ungefähr 25 minuten ich schneide ja noch ein bisschen also vielleicht sind wir aber 23 minuten oder so für den backfisch in acht minuten fertig ist geil war die onkel machen koch video für acht minuten rezept dies ohne scheiß die onkel macht der macht ein video ein koch rezept video für ein frühstück sei für ein dreieinhalb minuten ei gibt jetzt mal euren tipp ab wie lange das video dauern wird und bete zu gott dass ich kein pullet pork video mache ich glaube pullet pork braucht mindestens sechs stunden oder so wie lange wird das video die wir fragen erst mal wie das mit dem frühstück sei wird so was haben wir denn da oh guck mal hier für die hater im hintergrund uiuiuiuiui da ist eine trinkflasche thermotrinkflasche da ist noch ein handtuch ein stück gurke und zwei deckel und zwei gläser mit gürkchen das bedeutet aus irgendeinem dieser gläser hat schon einer genascht es wird wohl der onkel gewesen sein liebe hater passt ihr müsst auf solche kleinigkeiten unbedingt achten wegen content und so ne so jetzt schneidet er wieder nicht in die kamera meint aber eine kamera zu schneiden trottel und das weiße könnte eventuell vom teich sein also bleibt locker freunde schön locker bleiben du meinst du kriegst heute noch hin mit der zwiebel und ich die rote zwiebel gilt einfach als 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 milder gar nicht mal als aromatischer sondern als milder die wirklich einzige zwiebel die aber nach zwiebel schmeckt das ist die zwiebel zum beispiel die bei marco aus dem garten wenn ihr da eine von erhaschen könnte dann habt ihr eine echte zwiebel das andere alles das ist alles hier eisig und sich die gerne warum weiß ich nicht ich mag die gar nicht also es gibt so zwei drei gerichte ja da passt so eine rote zwiebel hat man mit rein übrigens rote zwiebel ist für die die sich charlotte nicht leisten können das sind die länglichen das sind diese länglichen leicht groß ist gibt es aber auch in normaler zwiebel form die sind ganz sanft im geschmack aber ich bin einfach der typ ich sage normalerweise wenn ich zwiebel wenn ich was haben möchte was an zwiebel speckt dann möchte die zwiebel haben versteht was ich meine ist mir scheiß egal was ist die qualität von den viechern bei aldi immer schlimmer geworden guck mal da oben also noch viele oft schon vermatschte drin oder so und die von die von marco weil die haben zwar nicht lange bei mir gehalten aber ich habe doch einige tage welche hier gehabt da war nicht eine einzige matschig so und hier da zwiebel schneiden zack von oben nach unten runter 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 je kürzer der abstand desto feiner der würfel und jetzt guckt ihr mal genau mal dahin die zwiebel an sich wenn ihr die halbiert hat ja jetzt diese halb runden schichten warum warum also jetzt noch so quer da rein schneiden ist ja total bescheuert hat die zwiebel ja selber schon erfunden ihr müsst nur von oben nach unten der querschnitt also der horizontale schnitt der ist ja schon gegeben das könnte von mir aus bei der gemüsezwiebel machen wo die so so dick sind und ihr wollt doch ein bisschen feinere würfel haben ansonsten für feine würfel oben ein 1 bis 1,5 millimeter und sonst so wie ihr bock habt zack bumm runter 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 fertig ja das macht man nicht onkel da vorne war ein bisschen üsselig raus geschnitten rum gedreht und da muss man natürlich gucken wo die wurzel ist leute ne also die 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 wurzeln die wollen wir nicht wir wollen das ist bitter wir wollen das auf der anderen seite es ist bei hellen zwiebeln manchmal blöd zu gucken macht euch da ein eselsbrückchen oder schneidet euch an der ecke raus schmeckt sonst scheiße ist selbst der onkel schon passiert so runterschneiden tup 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 und nein das ist noch nicht schnell so das genau das wollte ich zeigen. Das braucht ihr nicht. Schwachsinn. Das nimmt euch die Zwiebeln nur auseinander und die Würfel sind nicht ein bisschen feiner. Wenn euch zum Schluss der ganze Scheiß nicht fein genug ist und ihr habt ein Ver... Also, im Kochvideo brauche ich schon BH, oder? Also, ich sage mal, so geht, finde ich. Aber dann müsste ich jetzt in so einer Höhle sitzen und müsste mit so einem Stück Bärenfleisch hantieren. Dann wäre das okay. Entschuldigung, ich wollte keinen triggern. Vielleicht schneide ich es raus. Ne, ich lasse es drin, weil es ist selbstkritisch. Dann hackt ihr einfach noch mal ein bisschen. Übrigens, das ist auch so, das ist dieses Universalmesser. Die Form, es gibt ja verschiedene, es gibt ja den Ausbeiner, das Filetiermesser, dann gibt es das Fleischmesser, dann gibt es das Brotmesser, dann gibt es das, ach, was weiß ich für Messer, das Gemüsemesser, bla 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 bla. Die Form ist perfekt, weil damit könnt ihr auch wiegen. Das kann man vernünftig anpacken. Und damit kriegt ihr fast alles geschnitten. Fast alles. Fast alles kriegt ihr damit geschnitten. Also wenn ihr so ein Messer habt, braucht ihr nicht mehr viel anderes. Die gibt es auch ein Stückchen kürzer, weil viele von euch haben ja etwas kleinere Hände, selten kleinere Zwiebeln, aber manchmal kleinere Eier. Eiersalat, können wir auch mal machen. So, ab auf die Gurken, guck mal da, zack, um die Wurzel herum. Das schneiden wir uns noch mit ab, weil wie gesagt, mittlerweile ist die Scheiße ja teuer geworden. So, das ist auch noch gut, das kann auch noch mit dabei. Und das hackt der Onkel jetzt so ein bisschen. Also wiegen, eigentlich wiegen. Richtiges Hacken ist es ja nicht. So, einmal hier so grob runterschneiden nochmal. Zack, 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 zack. Und dann so, einfach so ein bisschen wiegen. So, das macht ihr auch mit Petersilie dann so und so. So, ne, das ist, wenn ihr das denn. Oder ihr habt einen Zipzlipp. So, fertig. Die ist jetzt für Aische, ihre Zwiebelwürfel. Zup, 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 zup. Aische liebt das ja auch auf Pommes, ne, so Pommes-Spezial, ne. Weil ihr hier so Würfelchen und dann da schmeckt die rote Zwiebel wieder ganz gut, weil sie da wirklich ein bisschen sanfter ist. So. Fertig, weg. Und da, beim nächsten, da kommt es jetzt wirklich drauf an. Habt ihr eine große Familie, kocht ihr viel frisch und, 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 ne. Manchmal macht es auch Sinn, sich einfach so einen Topf in den Kühlschrank zu stellen und dann könnt ihr diese ganzen Abschlitte, das, was der Onkel da jetzt gerade wegschiebt, was normalerweise in den Müll geht, das könnt ihr da sammeln. Drei, vier, fünf Tage lang sammeln. Wenn ihr schon ungefähr wisst, was ihr demnächst kochen werdet, werdet ihr was mit Petersilie machen, werdet ihr was mit Karotten machen, werdet ihr irgendwas machen mit keiner Ahnung was, wo man, wo man jetzt wirklich sagt, Mensch, das kann ich mir mit in die Brühe oder in die Jus schmeißen. Da war's, ne. Schnappi, 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 schnapp, zack, zack, zack. Und scharfe Messer. Leute, scharfe Messer gibt nichts Gefährlicheres in der Küche als wie, ja, als stumpfe Messer. Scharfe Messer, wichtig, echt wichtig. Ist super, super safe. Klar, wenn ihr euch schneidet, wenn ihr schusselig seid, dann habt ihr euch mit dem scharfen Messer auch richtig geschnitten. Das ist klar. So, stimmt, stimmt. Habt ihr gesehen, was der gemacht hat? Habt ihr genau gesehen, was der Onkel gemacht hat? Der hatte da noch ein bisschen Zwiebeln und hat ja so gemacht. Wenn das die Eiche sieht, Alter. Ja. Das ist so, wo die Hausfrauen beim Video gucken, sagen, boah, was macht der denn da? Keine Angst, die Ecke muss ich immer sauber machen. Da kommt Eiche nicht dran. Ne, 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 ne. So. Zack. Zack. Ich hab da jetzt ein bisschen Chili dran, Salz dran getan. Ansonsten, ja, womit willst du das würzen, ne? Das war ja jetzt auch nur so, pfff, Remoulade muss ich noch machen für euch. Da, ein bisschen Chilisalz. Chilisalz ist übrigens einer der Salzsorten, die man ruhig, äh, haben kann. Wobei, es reicht auch theoretisch, wenn ihr eine Chilimühle habt. Das reicht auch. Aber die Salzkörner und die Chilikörner, das zusammen, das sorgt einfach dafür, dass das nochmal besser gemahlen wird, ne? Das finde ich einfach so ganz lustig, ne? Weil getrockneter Chili, der hält. Und ihr sollt ja so scharf essen, wie es euch möglich ist. Tut mir bitte einen Gefallen. Vor allen Dingen, die Leute so ein bisschen Stoffwechselprobleme haben oder auch über, über, über leichtes Übergewicht, ne? Ich meine, guck mal hier, bei, 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 an mir, ich hab hier festgestellt, an mir ist ja auch nur noch Haut und Knochen, ne? Guck mal hier, da, da, guckt euch das an. Da ist sofort hier, da, da ist, da ist Knochen. Da ist nicht ein Gramm Fett am Onkel hier, da, ne? Und übrigens an der Kniescheibe sieht das genauso aus. Äh, nie, ohne Scheiß. Arbeitet euch da, Sklob, 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 heißt das Sklob, 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 Skobil, Skobil, ne Skobil, das war die doch mit den Dalmatiner, ne? Ach, scheißegal. Arbeitet euch ran, tastet euch ran. So viel Schärfe, wie ihr möchtet, es muss noch schmecken, nicht so viel Schärfe, wie ihr vertragt, ne? Also hier nicht den Lui, Lui, Licky, Licky machen, sondern, äh, ihr müsst es nicht nur vertragen, sondern es muss euch auch noch schmecken, ne? Aber dann bitte so scharf wie irgendwie möglich, weil es euren Stoffwechsel nach oben peitscht. Und zwar richtig nach oben peitscht. Richtig. Ihr spart, ich behaupte hier, ab einer gewissen Schärfe könnt ihr genau das, ob eine Woche ihr esst XY, dann genau das Gleiche, exakt dasselbe. Nur halt schärfer und ihr nehmt 50% weniger Kalorien zu euch. Ist wissenschaftlich erwiesen, also nicht vom Onkel erwiesen, sondern wissenschaftlich. Auch nicht vom, äh, Institut, äh, Schweinemorelli, sondern das andere. Onkel, was war das denn jetzt bitte für die Bewegung? Du sollst das salzen. Also, Leute, es ist ja selbst für mich ein bisschen gruselig, oder sagen wir mal so, es schmeißt Fragen auf. Dem Onkel beim Kochen zuzugucken, schmeißt Fragen auf, oder? So, Öl. Ich hab da so einen Wok, den gab's bei Alti letztens. Ey, schon sehr leicht, muss ich sagen. Da war der Ikea-Wok damals besser. Äh. Rapsöl, bitte achtet immer dann drauf, ne? Immer auf die Temperatur achten vom Öl. Ne, wofür kann ich das Öl benutzen? Ne, 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 bitte kein, kein extra natives Virginie-Olivenöl, um irgendwas zu frittieren. Das funktioniert, nein, 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 nein. Ne, und Butter nehmen wir auch nicht und so, ne? Sondern, ich empfehle Rapsöl, das ist sehr neutral. Das kommt auch oft hier aus deutschen Landen und so, kann man auch gucken. So, da hinten ist er am Punchen, ne? Das hat jetzt schön gestanden, der Kleber hat sich entwickelt. Jetzt ist er nett und zeigt uns das auch noch. Ich würde noch ein bisschen schneller drehen, dann kann man das noch besser sehen, du Pfeife. So, ist fein. Ja, ja, ja. Schotzi, rotzi. Nein, der Onkel hat jetzt nicht die Hand ins Fett gehalten, sondern ich habe ungefähr so ein Stück drüber gehalten. Ich wollte nur schon mal so ansatzweise die Temperatur füllen. Alles gut, Leute. Die Hand, der geht's gut. Alles in Ordnung. Oh mein Gott, das muss ja kommentieren, was ich da fabriziere, ne? So, das ist der Klassiker. Das ist der superklassische Trick. Blub, blub, blub. Ja, das ist der Holzlöffel-Trick. Ne? Wenn die Bläschen kommen, dann hast du Temperatur. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, 140, 150 oder so hast du aber auf jeden Fall. So, weiter. Komm, Onkel, gib Gas. Wir wollen Fisch. Wir wollen Fische sehen. Schalalala. Wir wollen Fische sehen. Schalalala. Ah, guck mal, der Lumpenhund hat da noch was reingeschmissen. Ich denke, Miel. Das sah jetzt besser aus, das dicke. So, jetzt nimmt er hier Krepppapier. Krebs, 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 Krebs. Gibt es auch unbedruckt. Dazwischen sind die Filets, weil ich die gerade eben, ich habe die in Kaltwasser aufgetaut. Ich habe mir die rausgeholt aus der Truhe, habe die in eine große Schüssel geschmissen, kaltes Wasser reingetan, weil die so dünn sind. Das funktioniert. Innen drin müssen nur noch gar nicht aufgetaut sein. Arschlecken. Das schafft dann, je nachdem kann das sogar helfen, weil dann dauert es einen Moment, bis es da gar ist und zu drisch wollen wir das ja nicht haben. Er soll ja noch glänzen, der Fisch. Ja, Freunde, auftauen, das ist eh so ein total heikles Thema. Leute, kurzer logischer Gedankengang, also du und ich. Tiefkühltruhe, minus 18 Grad. Tiefkühlfach, ich weiß nicht, minus 6, 7, 8, 9, 10. Einigen wir uns mal auf minus 15 Grad. Kaltes Wasser aus dem Kran plus 8 Grad. Ist ein Temperaturunterschied von 23 Grad. Soll wohl zum Auftauen reichen. Gerade für dünne Dinge. In dem Moment, wo ihr in zu warmes Wasser die Sachen rein tut. Das Wasser wird eh abgekühlt, aber meistens bei Fleisch und Fisch. Bei Fleisch seht ihr, das entsteht so eine graue Schicht. Gemüse etc. geht sowieso sofort kaputt. Es gibt Mikrowellenprogramme, die können da ganz wirklich so, die gehen da so titschweise vor sich. Und dadurch, dass es Mikrowellen sind, kann es auch von innen mit auftauen. Aber die goldene Regel, Leute, kaltes Wasser. Und wenn ihr merkt, ist das Wasser, das zu viel drin ist, also auftaugut und es klumpt schon. Rauskippen, neues kaltes Wasser rein. Kein warmes Wasser, kein heißes Wasser. Der soll ja noch glänzen. So, und dann würzt ihr den nach Lust und Laune. Ja, wir können mal gerne so ein allgemeines Fischgewürz mal zusammenstellen. Wobei ich kein großer Freund davon bin, weil dann schmecken plötzlich immer alle Fische gleich. Und gerade Fisch ist ja wahnsinnig schwierig. Ja, find mal bitte einen, der es schafft, nur leicht gesalzenen Fisch zu unterscheiden. Das war jetzt Scholle, das war Hecht, das war Zander, das ist nur Forelle gewesen, das war See-Lachs, das war Kabeljau, das war Wolfsbarsch, das war hier Hackfresse. Es ist wahnsinnig schwierig, ne? Es ist wahnsinnig schwierig, auch wenn ihr hier dieses ganze teures Zeug hier, Steinbutter nimmst und so, ne? Die sind, ähm, Leute, mal ganz ehrlich, ne? Es schmeckt irgendwie, großartige Unterschiede schmeckst du nicht raus. Ähm, Salblegen, Lachsforelle, ja, da hast du vielleicht noch eine Chance. Aber Aal, glaube ich auch, ich glaube Aal, Aal kann man auch ganz gut rausschmecken. Einen alten Karpfen, so einen Aalbock von vier, fünf Jahren, ja, die Katze, glaube ich, auch noch ganz gut rausschmecken, aber ansonsten wird es gefährlich. So, und, ähm, daher bin ich eher ein Freund davon, jeweils Variationen zu, zu, zu würzen, ne? So, und wenn du jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Standardgewürz hast, hier so ein Henssler 0815 Scheißzeug, ja, dann schmeckt aber auch jeder Fisch danach. So, was haben wir jetzt? Wir wollen einen Backfisch machen. Wonach soll denn ein Backfisch schmecken? Richtig, noch Backfisch. Punkt Feierabend. Also, was brauchen wir? Salz, vielleicht Pfeffer, muss noch nicht hier mal. Ich finde, muss noch nicht hier mal. Salz, Pfeffer, für mich, bitteschön, Muskatnuss und einen Hauch von Säure durch die Zitronenschale oder ein bisschen dann noch drüber spritzen. Bisschen. Nicht eine halbe Zitrone auf einen Fisch. So. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Ja, und jetzt muss es halt kleben, ne? Dieses Flutschige, Flitschige. Das ist, je besser der Fisch abgetrocknet ist, desto besser klebt es. Aber dann bitte auch schön gut mit, mit, ähm, da passt ihr bitte auf. Da nehmt ihr gerne eine Gabel oder so. Dem Onkel macht das nichts aus, wenn ich da einmal reintauche. Jetzt auch nicht eine Minute oder so. Ach ja, äh, ich glaube, wir haben 180 Grad. Nein, das nicht. Aber mal eben sowas da reintunken oder so gerade zupfen oder irgendwie so, das macht mir nichts aus. Das kann man sich, das ist übrigens, das ist eine reine Trainingssache, ne? Das ist, das ist, seitdem ich in der Kochlehre damals war, da habe ich mir das angewöhnt, logisch. Und dann, du schreist auch nicht mehr so oft Aua, du hast auch mehr Brandflecken da als sonst was, die kriegst du alle gar nicht mehr mit. Das bleibt dann halt, ne? Ansonsten, ihr nehmt jetzt bitte eine Gabel und zieht das so lange durch den, durch den Teich, dass ihr, dass ihr merkt und seht, es bleibt auch hängen. Das heißt, wenn das weg rutscht und ihr seht wirklich den blanken Fisch und da hängt gar nichts mehr, dann ist das nicht trocken genug. Dann müsst ihr nochmal ein bisschen, jetzt nicht den Föhn dran halten oder so, sondern einfach ein bisschen länger raus und dann muss man sich da halt so ein bisschen einbrutzeln, eintunken. Also ich bin auch nicht zu 100% zufrieden mit dem Endergebnis. Es hat zu 100% richtig geschmeckt. So, jetzt, jetzt wurde ein bisschen heiß. Jetzt wurde Rapsöl ein bisschen heiß. Das heißt, wenn du einen Fisch reintuchst und in 30 Sekunden hat der schon die richtige Farbe, dann ist es zu heiß, weil dann, äh, dann ist das Sushi im Backteig. Das wollen wir ja auch nicht. Da wäre kein Bock drauf, ne? Sushi im Backteig wollen wir ja nie haben. Also, tun wir es an der Seite. Dann habe ich den Fehler gemacht. Ich habe runter gemacht auf 5. Das war dann zu wenig. Also da, ich denke mal, auf Temperatur bringen. Ähm, dann, also der rechte, der ist am besten geworden. Der erste. Äh, und die drei letzten. Ähm. Und dann gucken, also auf meinem Seite, im Öfchenherd da, äh, auf meinem Dings da, äh, da, guck mal, richtig geil sieht das aus. Richtig, oh, wie auf Kirmes, wie auf Kirmes. Ich gucke, dass ich euch das ranzoome. Richtig schmackofatzig. Wo mit dieser Piss-Salat-Zupfgabel da. Ohne Scheiß, es gibt Restaurants, da darfst du Salat beim Anrichten nur mit solchen langen Pinzettengabeln, ne? Du hast nichts mit den Fingern anzupacken. Ähm. So, zum Ablaufen, ich habe mich dann gegen den Teller entschieden. Ich habe mich dann für diese Auflaufform, äh, oder Bräterform entschieden. Da ist schon ein Einsatz drin, schön. Aber es geht auch um Backblech und dann das Gitter da drüber. Aber ihr solltet schon was haben zum Ablaufen. Äh, ist schon Fett drin, ne? Da ist schon Fett drin. So, das sieht gut aus. Müsst halt da, guck mal, wie geil. Oh, Onkel, das hätte zu länger hinhalten müssen. Das ist der Beste geworden. Der ist wirklich, der hat, äh, wirklich, ähm, Kirmesqualität. Der auch. Der andere nicht. Seht ihr da erst so ein bisschen? Mä, 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 mä. So, Kamerawechsel, zack, bumm, jetzt von oben. Ansonsten, ihr seht immer noch das Gleiche, nur aus einer anderen Perspektive. So, nochmal eine Runde Fische, zwischendurch mit einer Schöpfkelle natürlich so diese Reste daraus fischen. Das habt ihr nach, nach jeder Charge habt ihr das. Habe ich auch brav gemacht. Das geht auch in einem Topf. Das geht auch, also wichtig ist, es muss unterm Fisch, unterm Fisch muss auch noch so ein bisschen Öl sein, ne? So ungefähr, ja, so 12 Zentimeter. So, da ist der super Trick. Ohne Scheiß. Wir haben ja ein paar Nicht-Fisch-Esser hier bei uns. Und dann habe ich gedacht, Mensch, was machen wir gut? Für die brate ich dann eben noch, weil es gab ja Brötchen nur dazu, ne? Für die brate ich dann halt eben noch ein bisschen Leberkäse. Da habe ich gedacht, warum sollen wir nicht braten? Ich habe ja schon eine Pfanne süffig. Weißt du was? Ich mache jetzt Leberkäse im Backteig. Und ich spoiler mal, meine rotzigen Pfannen, das ist richtig geil. Richtig geil. Was ich jetzt mache, ist, ich ritze den ein. Zack, 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 zack. Das macht ihr bitte auch, wenn ihr den in einer Pfanne brät. Dann macht ihr nämlich nicht so extrem den Buckeligen, sondern wird schön gleichmäßig und kriegt auch noch eine coole Farbe. So ein, zwei Millimeter, ne? Zup, zup, zup. Einfach mal so ein Muster da reingeschnipselt. Da. So, zack. Super. Schön neben die Kamera, ne? So ein, zwei Millimeter. Zup, 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 zup. Mit dem spitzen Messer. Fertig. Und jetzt habe ich die einfach da in den Backteig reingepfeffert. Raus damit, lecker, das schmeckt gut. Und dann kommen die da rein. Mega geil. Mega geil. Die haben sich echt gefreut. Ja, das war's. Ich meine, jetzt nicht erschrecken. Das Video hat jetzt ewig gedauert. Ohne Scheiß. Das Kochen und Essen, das ging schneller. Das war ungefähr die gleiche Zeitspanne. So, schön rumdrehen. Guck mal, das hat auch da dran gehalten. Super Sache. Gar nicht so viel rumgesaut, der Onkel. Ich habe auch nicht viel sauber gemacht zwischendurch. Ich glaube, ich bin einmal über den Ofen gegangen. Nee, der Ofen hängt in der Wand, sagt mein Sohn immer. Das ist der Herd. So, jetzt muss ich da erstmal gucken gehen, ob ich das Stück Gurke weggemacht habe. Ich bin mir nämlich echt nicht sicher. So. Richtig mega geil. Richtig lecker. Richtig schmacko, fatzig, super lecker. Wo ist das gewesen worden? Versteht ihr? So, und jetzt ganz wichtig, Leute. Abkühlen lassen, abkühlen lassen, abkühlen lassen, abkühlen lassen. Das große Problem natürlich wie immer, wohin mit dem Restfett? Ja, am besten irgendwie ein anderes Behältnis oder wie auch immer. Und es muss, wenn überhaupt, in die Restmülltonne. Und ja, aber wenn ihr da jetzt kaltes Wasser drauf kippt oder so, oder auch mit der Spülmaschine und hin und her, dann verbiegen die sich, dann verformen die sich und dann verfärben die sich. Immer abkühlen lassen, langsam abkühlen lassen. Ganz, ganz wichtig, liebe Freunde. Ganz wichtig, sage ich euch. Schwupp, Ende aus, Mickey Maus. Guckt euch das an. Das war's. Das war Kochen mit Onkel. Backfisch. Backfisch für dich, für mich. Dauerschön, Zubereitungszeit, ungefähr acht Minuten. Gar nicht gucken, wie lange ihr jetzt das Video geguckt habt. Das hat andere Gründe. Ja, geht die hier übrigens ein Scheißdreck an. Nein, ich weiß es nicht, aber ich rede halt gerne. Ich koche gerne, ich rede halt gerne und dann kommt halt sowas dabei raus. Außerdem haben wir ja zwei Rezepte gemacht. Wir haben ja Backfisch und wir haben ja Backleberkäs. Also von daher, C'est la vie. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Sagt mir eure Erfahrungen. Habt ihr noch Ideen? Was könnte man noch machen? In welche Richtung kann man noch basteln? Ja, also ich werde das nächste Mal, wie gesagt, den Fisch etwas trockener haben wollen. Mit dem Teich war ich so wirklich zufrieden. Vielleicht ein Milliliter Essig mehr rein und dann ist gut. Ja, und dann bin ich, ich würde gerne etwas mehr Teich dran haben, der auch haften bleibt, der so ein bisschen besser aussufliert und dann mit der Temperatur von dem Öl ein bisschen spielen. Also ich war einmal, war ich viel zu hoch, aber ihr habt gesehen, das war beim ersten, der war richtig gut. Dann bin ich aber runtergegangen und unten geblieben. Das war doof. Aber das kriegt ihr Onkel hin. Also, viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dafür macht ihr einen Daumen nach oben. Wenn ihr Veganer seid, macht ihr bitte einen Daumen nach unten oder verbisst euch direkt. Ja, weil wenn ich euch kriege, kommt ihr als nächstes bei mir in die Pfanne. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Schnüsschen. Euer Onkel. Durch. Vielen Dank.